So, moin heute und willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Äh, ja, wir spielen mal wieder mit Timo. Ich hole mir meine Start-Items. Ganz normal. So, wenn ich's jetzt gepackt hab, seht ihr jetzt nochmal eingeblendet, gegen wen wir spielen. Wir spielen auf jeden Fall gegen, äh, Katharina, Garen, Ash, Arthrox und Jynx. Also ist eigentlich die Aufstellung schon fast klar. Ja, Garen wird Top kommen, Ash und, oder Jynx werden Botlane gehen. Also, AD Carry oder sowas. Ja, und Arthrox... Hä? Oh, shit! What the fuck! Alter! Das check ich jetzt nicht. Arthrox Top? What the fuck? Hä? Ach, komm, f*** dich doch. Ich hab schon gar keinen Bock mehr. Okay, doch hab ich. Lol! Was macht Garen? What the fuck? Ja, komm, triff mich halt. Scheißegal. Ja, Garen, du wirst gleich verrecken. Ja, auf jeden Fall hab ich mal wieder Bock gehabt auf ne schöne neue Runde. Wir, wir haben, wir haben, genau. Wir haben auf jeden Fall für Splat schon mal sehr positiv. Perfekt. Jynx, Top? What the fuck? Na gut, wenn's Bock hat. Ich werde die Gegend ausspielen. Garen! Nein, Jynx, bleib weg! Bleib weg! Oh! Oh! Jynx ist aber schon ganz cool. Ah, fuck. Ja, genau. Steal mir einfach hier, äh, farm. Ja, genau, grad nochmal. Alter. Äh, Jynx, geh mal bitte weg. Danke. Ja, lieber auf Garen. Und? Komm. Ja! Nice! So, und der wird jetzt auch schön sterben. Nice, jawohl. Auch wenn sie die Kills bekommen hat, ist gerade geil. Hauptsache, wir haben ein paar Kills. So, jetzt wird schön gefarmt. Wie immer, ähm, jetzt die Frage, ob wir überhaupt schon pushen sollen. Das macht eigentlich recht wenig Sinn. So, alle, wenn jetzt mal ein bisschen anhitten. Ey, was soll denn das scheiß Kanone? Ja, genau, Jynx, ey. Ey. Ist das grad ihr ernst? So, wieder schön die E-Skillen. So, Garen verreckt wieder fast. Wenn er Bock hat. Okay. Ja, Jynx. Besser mal aufpassen. Ich haucke mich jetzt hier ins Gebüsch. Dann bin ich auch schön safe. Oh, Alter. Meine. Ja. Easy, 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 easy. Oh. 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 Thanks, Alter. Close. Aber schon nice. Okay, wir haben doch eine gute Jynx dabei. Dann kannst du auch meinetwegen gerne einen Farm haben. So, jetzt noch kurz auf dem Tower. Okay. Ne, wir machen da kaum Schaden. Auf geht's. Dann gehen wir jetzt erstmal back, holen uns paar Items. Eigentlich wie immer erstmal Schuhe. So, safe. Ähm. Ja, der ist unten noch ein Heal-Pod. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir schon einen TP nehmen sollen, aber... Nee. Nee. Lieber noch nicht. Ich mein, die haben ja da noch mit unseren Minions zu tun. Die haben einen Tower nicht am Griff, von daher. Alles gut. Die nehmen echt schon ordentlich Schaden, selbst von Minions. What the fuck. Ähm, Jynx, bleib mal bitte ein kleines Stück zurück. Bums, Bums. Ich check das einfach nicht, was Garen da immer macht. Komm, ab in Tower, weg. Alter, Jynx. Ja, meins. So, und Garen stirbt jetzt. Hehehe. Dann hier noch ein paar Minions, wie immer. Ja, nee, aber ich hatte jetzt mal wieder Bock auf ne schöne Runde, lol. Hat dafür weniger Bock auf Schule und so Zeug, hör. Einfach mal zwischendrin heimgefahren. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall, ähm... Hab ich bald... Bald bei den Folgen ein anderes Mikrofon, darf ich mir mal was Neues gönnt. Meins, haha. Und ja, vielleicht kam schon der Soundcheck, ich weiß noch nicht. Wird man ja mal sehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Mikrofon viel besser sein wird. So. Arthrox stirbt jetzt. Wow. Der stirbt gar nicht. Was in der Verarsche. Das war alles geplant. Also war es jetzt wirklich. Und von daher. Alles paletti. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Bitte alles nur Katharina nicht. Pisst euch einfach. Oh, Garen. Oh, Garen. Der verreckt. Der verreckt elendig. Äh, Jinx, äh, bleibt mal. Lol. Ja, nice. Hä, das ist echt geil. Meiner. Okay. Jinx. Jinx. Wie der einfach jeden Farm bekommt. Egal, wenigstens ist Tower jetzt auf jeden Fall schon down. Dann holen wir hier mal wieder ein paar schöne Minions. Easy. Bums, bums. Ich glaube, das Game wird auch wieder relativ einfach, obwohl die Gegner Katharina... Oh! Oh! Oh, Neil! Alter! Hilfe, 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 Hilfe! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck! Alter! Damit hab ich nicht gerechnet. Komm. Arthrox, du verrechselst elendig. So wie du es verdienst. Oh, jawohl! Oh, Alter! What the fuck! Wie close es einfach war. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Okay. Ich geh' back. Da hab' jetzt echt kein Bock mehr drauf. Oh, scheiße. Bitte komm nicht in den Busch. Bitte nicht. Oh, gut. Alter, die Anspannung grad. So, Schuhe, das Zeug haben wir. Gut, dann nehmen wir jetzt mal schön teleport. Äh, teleport? Ah, jetzt. Perfekt. Okay, weiter geht's. Mmh. Lol. Irgendjemand hat einen Schaden von meinem Pilz mitgenommen. Läuft. Heh. Find ich cool. Oh, ich merk' grad, ich hab' keinen Healpot dabei. Ne, Garen vergiss es. Garen verreckt einfach immer. Ich weiß nicht, was der Junge macht. Also, eigentlich hab' ich, als ich einen neuen Account erstellt hab', ausgewählt, dass ich schon Amateurin-Lol bin. Aber dass ich dann mit so'n Noobs in ein Team komm'? Unerwartet. Heh. Sag' ich ganz ehrlich. Also, nicht in ein Team, sondern in ein Spiel. Ihr wisst eh, was ich mein'. Kriegen wir den Tower noch down? Ich glaub' das hat... Okay, doch. Nice. Sehr nice. Alter, wie Jinx rastiert. Aber das Game geht, glaub' ich, auch nicht unbedingt lang. Das ist auch mal ziemlich cool. So, Garen verreckt. Bam. Alter, Garen feedet einfach richtig. 0 zu 7, what the fuck geht bei dem ab? Das muss man sich mal geben. 0, 7. Oh. Arthrox? Moin. Oh! Oh, oh, oh. Katharina. Oh, oh, oh. Okay, die ist fast down. Das ist eigentlich schon irgendwie bitter. LOL! Okay, Jinx ist ein Pro. Das merkt man einfach richtig. Bums. Easy. Das werfen wir jetzt schnellen Intivitor. Ja, gönn dir. Arthrox, du verreckst, ey. Ich würde mir da erst gar keinen großen Hoffnung machen. war meint und noch mal du bist tot ich wollte sagen hör was jetzt los aber alles gut dann holen wir jetzt schnell in die Tour so gut es möglich ist Garen du regst auf weißt du das kommen können dir Nubi 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 ich finde das so geil oh lol ich hab kein Mana mehr for real okay egal weiter geht's Inhip hier komm Garen oh Garen alter komm helf doch einfach schnell ja jetzt endlich den hip ist eh da und von daher steht jetzt schon fest eigentlich schon ziemlich bitter wenn ich jetzt mal überlegen würde ich würde so verlieren ich würde mich fast vergraben Okay Perfekt Mhh nächster Tower oder ne komm nehmen wir erstmal den Tower Nice der Inhip danach mach ich mal ein Backport what man kann mehrere Awards haben äh jo läuft ja gönner Kater haha hh hh Yo was für ne Blamage ist es für die Bums locker easy ey wie früh das Game schon fertig sein wird ist heftig so backboard ich mein schaue durch einfach mal an wie viel gold wir haben es übel dann holen wir hier gleich noch ein paar items so das haben wir hier noch was hier noch was und hier noch schild ich habe keinen tp ja aber ganz ehrlich egal wir gewinnen das game so dass so ich glaube ich tp mich doch es wird einfach schneller gehen 1 und 0 so der weg lol wie chings mega rasiert leute schaut euch das mal an es wird eine folge von einer viertelstunde nur wie wird hier einfach alle mega rasiert haben und ich habe noch gold von nexus bekommen wurde jetzt in dem game up locker easy gewonnen jetzt will ich mal sehen was sie schreiben alte gg und chings wird geehrt die war saugut alte 245 ep bekommen lol erfahrungspunkte 77 ja leute wenn euch die folge gefallen hat auch wenn sie mal ein bisschen kürzer war dann lasst doch einfach eine bewertung da und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge wahrscheinlich mit neuen mikro und ja haut rein ciao